hallo wie geht's denn so ich bin es wieder die rivale ich hoffe euch haben die letzten vier videos gefallen heute ist ein feiertag heute nehme ich auf und wie man vielleicht schon erkennen kann das denn hier es lädt gerade hallo ja ich hoffe das gibt es keine verzögerung in der aufnahme also moment sicherheitshalber synchronisation ok ja ich habe mir einen rapier gekauft ich glaube da muss noch erstmal warm werden ich habe mir einen rapier gekauft ich habe in der zwischenzeit wie man sieht ich bin ja 5 1 halb ich habe in der zwischenzeit duelle gespielt ich habe endlich herausgefunden wie das geht und ja das habe ich auch heute für die nächsten vier videos vor oder ich mache die letzten zwei videos hier mit frontline del royal nein ich weiß ja nicht und zwar wie kommt wie kann man sich duellieren man schaut im server browser ja auf deathmatch genau ja man lädt und lädt und lädt das ding gut die wartezeit schneide ich jetzt vielleicht mal raus so ja das waren zwei minuten meines lebens hier zum beispiel ein server honor rebel duels 1 plus das waren und tun es kein klang und das bedeutet ähm spielmodus deathmatch ja ich nehme glaube ich die weitersen der leute tun oder ja ok ich nehme das beitreten so na dann lasst du warte büsche so wie koni satio die menschen beitreten ich gehe natürlich als wieder die wahl rein mit dem rapier und ja lasst uns fechten übrigens ich habe hier ein paar attribute und so geändert und meine ausrüstung damit ich eine rapier im duell dauerhaft nutzen kann deswegen habe ich auch hier blut drauf stehen also goldner liste gewaltig spielen ja so ach das ist übrigens die neue map glaube ich und ich schon das erste schwert ja gut das war das fechten das war das duell ich hoffe ich hoffe es hat euch allen gefallen und bis zum nächsten mal nein nein ja das ist jetzt wirklich ein bisschen unglücklich wie viele sind da hoch auf tab drücken geht nicht ok ja crossroads das duellieren habe ich schon ein bisschen geübt und ja ich hoffe die übung hat sich ausgezahlt also es fehlt nur noch ein schiff und ein großes mehr dann passt der rapier perfekt so äh sprint mit die taste ähm wo sind alle die waffe stecke ich mal weg um nicht aggressiv zu wirken so so äh x und schwung ok hey da hat ein sperr geworfen wie hey ja aber das ist duell Wo war das? Den habe ich umgelegt. Äh, Rup, Rup irgendwas. Rup, mit Knut. Oh, der bin neun. Okay. Ja, deswegen habe ich Bluttausch. Und ich habe hier wieder einen verdammten Runden-Ping. Warum? 280, warum? Letztens war das genau auf 60 oder oder... Ah, 88. Na also, geht doch. So. Ähm. Wie viele sind hier? 11. Ähm, da. Da. Juhu. Hoch. Au. Sollte denn etwas zurückgehen? Au. Hä? Ich brauche eine Tasse zum Stechen. Au. Oh, was für ein Glück. Oh, ich muss die Hände abfischen. Oh. Okay. Haha. Ist der wirklich besser geworden? Au. Hä? Ach, Mann. Was hatte der? Ein Messerschwert. Okay. Sagen Sie mal... Ich nenne lieber das Messersäbel, weil ein Messer ist es ja nicht. Um eigentlichem Herr... Äh, eigentlichem Grundgedanken. Wie bin ich denn hier hingekommen? Toll. Ach, Entschuldigung. Toll. So. Äh. Bin ich das? Nee. Hä? Okay. Also. Ähm. Hinterkämpfen. 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 Ähm. Ach, Bier. Oh, der sticht ja ziemlich schnell. Meine Nase juckt. Ha! Oh. Entschuldigung, wenn ich nicht, äh, kommentiere. Äh. Ja, der Rapier ist wirklich besser, wenn es ums Duellieren geht. Der Speer, da, äh, konnte keine Kombos machen. Der war ein bisschen hinderlich teilweise. Aber, der Rapier ist ein bisschen länger und schneller und macht ein bisschen mehr Schaden als das Kurzschwert. Daher, und verbraucht genauso viel, äh, Punkte wie der Speer, der Kurzschwert. Äh, da haben sich zwei gefunden. Ach, hier. Halt, halt. Hallo, hallo, hallo. Salutations, good sir. Hey, good sir. Oh. Hier, wir. Ach. Okay. Ich nehme mal an. Hö, ich habe noch nicht mal blocken können. Hä, ich habe noch geblockt. Hm, okay. Warum, warum ist der Ping hoch? Mensch, eigentlich ist das gut, doch hier ist das scheinbar schlecht. Okay. Ähm. Oh, hier, hier, hier. Halt. Warum ist hallo eigentlich hier auf der dritten Seite? Oh. Okay. Ähm. Ja. Okay. Ah. Ah. Ja, das ging mal schnell. Mann. Und falls sich jemand wundert, warum ich kein fettes Schwert nehme, welches den Gegner mit zwei Schlägen tötet, äh, es bringt mir nichts Waffen zu nutzen, wenn ich nicht kämpfen kann. Oh. 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 Wow. Nein. Okay. Ah, kämpfen an frischer Luft. Nix. Hoch. Das wollte ich nicht. Waffen-Salut wollte ich. Wie kann du, na gut. Ähm. Ach ja. Man kann wie Count Dooku salutieren. So, hatten wir zwei Händen, ich hatte mit einer. Ähm. Okay. Die zwei sind... Ah. Okay. 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 Der Pink ist wirklich ein Problem. Warum ist das so hoch? Letztens war das alles wunderbar. Aber jetzt? Hm. Nein. Okay, der sucht wahrscheinlich einen, ein, ein Teamspieler oder so. Ähm. Er will mich. Ach, den Tod gönne ich dir. Den Sieg meinte ich, den Sieg. Ich habe doch geblockt. Äh. Ich habe doch geblockt. Ein Problem zu sein. Ähm. Ich glaube, das war schon für die Folge. Wenn ich mich nicht irre. Minus zwei Minuten Nadelzeit. Ja doch, das haut hin. Ähm. Ähm. Dann bis zur nächsten Folge. Ich mache jetzt einen kleinen Aufnahmestopp. Ich schaue mal, was ich gegen den Pink machen kann. Oder, oder was den Pink verursacht. Weil im Spiel kann man nichts dagegen machen, soviel ich weiß. Ich merke mir, wie der Server heißt. Honorable Duels. Okay. Und. Ja. Gutes Kämpfen euch.